so hallo zusammen hier ist mal der eugen das ist ein easy cruiser euro 4 da steht es noch mal das gute stück hat leichte elektrik probleme da leuchtet hier im bild da ist die motor kontrolllampe sechs mal den packen wir jetzt ein neben vorher noch scheibe und topcase ab und dann schauen wir mal was der hat und dann sehen wir uns später wieder bis dahin euer eugen und ja leute so sieht der roller jetzt aus und schwer zu erkennen wir haben die sitzbank runter genommen dazu muss das batteriefach da raus aus der sitzbank im variodeckel haben wir abgemacht ja problem bei den dingern ist es ist ein euro 44 takte und wenn man jetzt auf die gute idee kommt hier oben die cdi wie es früher war zu tauschen damit der roller ein bisschen schneller läuft dann kann es sein dass man sich dieses nette teil was wir jetzt hier schon abgebaut haben das sitzt normalerweise lass mich mal lügen da unten an der schraube schießt das teil ist das steuergerät oder ich drücke mal anders aus lange rede kurzer sinn wenn ihr so einen euro 44 takte roller schneller machen wollt müsst ihr das steuergerät austauschen weil da drüber ist der gedrosselt nicht mehr über die cdi oder nicht nur über die cdi das kommt auch von fahrzeug zu fahrzeug ist das unterschiedliche wir tauschen das jetzt aus bauen dann die sitzbank wieder drauf machen den variodeckel wieder drauf der kriegt auch trotzdem einen anderen pick up bei dem vier tag dann sitzt ja manchmal ein pick up unten in der vario bei der kupplung hinten denn bekommt er trotzdem neu und dann sollte das ganze eigentlich wieder funktionieren ja dann sollte er eigentlich auch ein bisschen fixer unterwegs sein als 45 seit gespannt so hallo zusammen da sind wir wieder beim easy cruiser euro 4 mit den ehemaligen elektro problemen wir haben das steuergerät ausgetauscht und sind jetzt von anderen bis zu seinem heimatort wieder gefahren und er ist ohne problem gelaufen obwohl der blinkcode der motor kontroll lampe da ist wieder dieser aus darauf hingewiesen hat dass das in der variomatik der sensor war und nicht das steuergerät aber jetzt läuft da wieder in dem sinne viel spaß dem besitzer damit von eugen und der ist krank man merkt deswegen muss ich sprechen